Wir in der Klasse jeden Freitag, wenn jemand was Nettes gesagt hat, dann bedankt man sich am Freitag und gibt einen Stein in eine Box rein und dann, wenn es 100 sind, dann machen wir was zusammen mit der Klasse. Einmal hatten wir schon 100, aber jetzt noch nicht. Ich bin dankbar, dass wir bei uns zu Hause Katzen genommen haben, zwei, sie sind zurück. Und wenn ich mit ihnen spiele und davor nichts gemacht habe, dann ist es eigentlich schön. Ich bin dankbar, dass ich auch nicht davor in die Vorschulklasse gekommen bin, sondern gleich in die erste Klasse. Ich finde es gut von der Lehrerin, dass wir auch Lernspiele haben und die kann man mit seinen Freunden spielen dann. Wir haben so eins, das ist so laminiert und da haben wir so Figuren und da sind solche Felder mit Rechnungen und dann muss man würfeln, dann die Zahl gehen. In der Mitte sind solche und wenn man eine Reihe hat, entweder schräg gerade oder so liegend, dann kann man sich eine Belohnung nehmen. Man sollte nett sein und nicht so viel streiten. Ich bin nicht gleich wütend, sondern ich rede zuerst normal. Es ist dann ein gutes Gefühl, wenn man nicht gleich streiten muss. Wenn meine Freunde in der Klasse da sind und nicht krank sind. Ich bin nicht so nett, weil sie so tun, wenn man fast schon sehen.